Ahhhhhhh Ahhhhhhh Jetzt weiß ich auch wie mein Hund herkommt Das ist ja der Wahnsinn Trotzdem weiß ich immer noch nicht was wir mit diesem komischen Ei da hinten anfangen sollen Musik gefällt mir hier eigentlich ziemlich gut Was ist das? Kartoffeln Oh was ist das? Was ist das? Und was ist das? Also das sieht sehr nach einer Boss-Tür irgendwie aus, deswegen geh ich erstmal hier hin Geistersticker Geistersticker Hm Hm Lifthüte, okay Seid ihr müde? Nein, wir quatschen erstmal mit ihmchen Was ist denn los? Brauchst du was? Weißt du nicht was du hast? Ähhhhh Wie funktioniert der Lift? Na sie selbst! Scheint keinen Saft zu haben Scheint keinen Saft zu haben Die sterben da halt Ja der Lift wird von Kujaras betrieben, aber Sie sind schon länger schlapp, so kann der Lift nicht laufen Zum Aufzug Wenn man sie mit einem Bergpfirsich aus dem Schnee füttert, erholen sie sich vielleicht Einen vier Wo hab ich den denn her? Ach der war irgendwo links, links oben war der Oh, es klappt! Danke! Hm, danke! Jetzt wird die Gondel zwischen Gipfel und Wald endlich fertiggestellt! Okay, dann wäre das schon mal Was ist denn mit dir? Ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Ich glaub das ist ein Mann, oder ist das ein Bartall? Wenn du hoch willst solltest du Pflug-Eichhörnchen-Kleider tragen Ja die haben wir ja Aber danke für diesen netten Tipp Wird das vorher nicht erstmal zugemacht? Anscheinend nicht Oh, Speicherung Ranch Gipfel Ja Ich mag die Geräusche Geräusche So, was ist mit dir? Möchtest du Eintritt haben, oder was? So sieht man sich wieder Wasser? Keinen! Was ist passiert? Was machen sie hier? Tja, für müde Reisende sind Bäder toll Hier fehlt nur Wasser? Das heiße Wasser Ah Hm Entspannen sie sich Gut Ähm Ich glaube wir haben Blumen Äh 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 Nee Blumen Plus Blumen Wart Äh War das ne Alm? Ich glaub schon Ich hab jetzt einfach mal Alm dahinter geschrieben So So Achtung Höhle dich vor Feuer Wenn du mit Wat Thorada Co Öl Bedeckt bist Sonst verbrennst du Wow Ah Das sieht sehr nach diesen Viechern aus wie das Öl Ach du bist doch Holy moly Die Hier darf ich bestimmt nix Bestimmt darf ich hier nix kaputt machen Oh, ich weiß es nicht. Kann man das auch kaputt machen? Nee. O-perationsraum, mhm. Was denn mit euch? Was denn mit dir? Ah, der hat bestimmt Öl in der Fresse. Ah, du bist ein Reisender. So jemand sucht mir. Die ist bestimmt sehr langweilig. Spiele mit uns. Oh nein. Oh nein. Okay, verstecken. Oh nein. Warte, warte, Moment. Wir verstecken uns und du suchst. Kannst kommen. Aber, aber ich kann doch nicht eine Warnung. Hier hat uns noch nie jemand im Versteckten besiegt. Wenn du uns findest, kriegst du ein Blühwürmchen so hell wie Schnee. Okay, wir sind bei der unteren Ranch. Okay, das Blühwürmchen brauchen wir wahrscheinlich fürs Ei. Die... Diese... ...Belger. Ihhh, ein fieser Tintenfisch hat mich voll Öl gespritzt. Aber angeblich gibt es ein Essen, das dieses Öl entfernt. Ein Essen. Mhm. Das ist ja sehr interessant. Was heißt denn bei der unteren Alm? Hier oder was? Nee. Ich will jetzt mal überlegen, ob ich Wasser holen soll. Oh, nochmal eine Kartoffel. Da oben war ne... Aha. Okay, dann sind die doch hier. Wie komm ich denn jetzt an... Ah. Moment. Hä? Wie komm ich denn an dich jetzt ran, bitte? Das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Ah, ich kann mir vorstellen, dass oben... ... jemand ist. Hm. Aha. Ja gut. Ja, diese Glühwürmchen habe ich schon öfters gesehen hier. Ich dachte, die wären einfach nur so Deko. Oh. Diese Physik hier an diesen Dingern, ne. Stille. Ja. Ja. Ja, das war jetzt blöd. Aha. Das habe ich doch... hier. Ja. 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 Ja, das ist doch gut zu wissen. Ich dachte nämlich jetzt gerade, das geht nicht. Oh. Oh. Oh, halt. Halt, 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 halt. Ich brauche das Glühwürmchen. Wo ist es hin? Das ist bestimmt so ähnlich wie mit diesen Schmetterlingsblättern. Da. Ich weiß nicht genau. Oder müssen wir die Glühwürmchen in dieses Ei rein tun? So. Das habe ich schon wieder verkackt. Moment, Moment. Da ist schon wieder eins. Oh Gott, ist das... Fetzend. Bist du noch da, Glühwürmchen? Da. So, jetzt würde ich mal gucken, dass... Vielleicht ist hier ja eins im Haus drin. Nee. Da wäre aber ein sehr gutes Versteck gewesen. Aber ich müsste jetzt auch zugeben. Uh, halt. Glühwürmchen. Ding, ding. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal hier hochgehen. Ähm. Die Rutsche runterrutschen. Kann ja sein, dass da sich einer drinnen versteckt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich an dem Glühwürmchen hier drin komme. Ha, ha, ha. War es unglaublich, dass du hier suchst. Du bist gut. Hier, wie versprochen. Ein Schneeglühwürmchen. Okay. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das andere da noch... ... hier hinten ist. Somewhere. Beyond the sea. Natürlich. Ah. Du hast mich. Ich dachte, das Versteck sei gut. Hm. Versprochen ist versprochen. Hier. Guter Film übrigens. Habe ich auch letztens erst digitalisiert. Von der Faucher Esquisitor. Du. 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 Du.